Er ist nicht gut für mich, Dad. Starkiller-Bee spielen wir, okay. Ich habe hier drauf geachtet, tatsächlich nicht. Oh, Anakin im Gegnerteam. Wer hätte es gedacht? Ah, und den Luger auch noch. Da wird man mit drei rumgeworfen. Drei Schubser haben wir jetzt hier. Ja, drei Schubser. Vielleicht klappt es ja trotzdem. Mal gucken. Gut, wo bist du? Da. Ich komme mal mit hier. Huch, ring fest. Der eine von uns ist anders gelaufen. Aber der General Grievous ist das hier. Oh, da wird er schon hingezogen. Das ging schnell. Nein! Jetzt macht er das. Hat mich nur erwischt, ey. Aber dann bin ich gestorben. Das ist ja Gott sei Dank schwächer geworden. Immerhin, ne? Jetzt bin ich das Ziel. Oh mein Gott. Oh, jetzt werde ich nur noch umgestoßen. Nee, einfach rauf. Ich prügel nur, mach nur Punkte. Ja. Ich bin gleich das Ziel. Aber ich muss noch warten, bis ich wiederbelebt werde. Ja, ich habe fast den Eindruck, das wird schnell gehen. Mal gucken, ob wir uns da nochmal fassen können und zurückkämpfen. Aber nicht zu zehn verlieren. Nee, einen müssen wir machen. Oh, jetzt ist Anakin das Ziel. Das wird schwer. Ja, das wird ja nix. Obwohl, der ist fast tot, ne? Ach, und jetzt macht er die Fähigkeit. Oh Gott, nein. Er ist acht Kilometer von mir weg. Ja, mich hat er auch erwischt damit. Aber ich bin nicht down. Ich bin down gegangen dadurch. Ach, da wird man schon die ganze Zeit rumgestoßen. Aber der hat nicht mehr so viel Leben gehabt. Vielleicht kriegt der ihn ja noch. Ich flüchte ja schon. Ja, du machst das super. Ich versuch nochmal an. Ey, aber jetzt kommt er zu dir. Jetzt will er dich. Ich bin weg. Ich bin bereit für dich. So, oder zieht er dich wieder. Ah, und der Obi-Wan schon. Ich auch um. Oh, der Luke ist auch noch hinter dir. Oh, wir haben ihn. Jawoll. Boah, das war knapp, weil ich bin genau den Moment gestorben. Heidewitzker. Aber hey, wir haben schon mal einen Punkt. Wir können nicht mit zehn Punkten da verlieren. Das ist schon mal gut. Das ist mir persönlich wichtig. Wir haben zwar verloren, aber nicht komplett. Ja, jetzt den Han Solo. Da bist du schon dran. Komm auch. Der ist da runter gesprungen. Oh, den hast du. Ja, sehr schön. Ja, hab ihn erwischt. Boah, der ist aber ein Wirbelwind, ne. Der darfst mal, ey. Ja. Ich hab hier auch wieder nur rumgestoßen und rumgeschmissen. Die Waren will auch weg hier. Mein Gott, ey. Liegt nur auf dem Boden. Nö. Schon wieder das Ziel erledigt. Sehr gut. Ah, da kommt Anakin. Oh, ich bin fast da unordentlich. Tust dich Han Solo. Wo sind sie? Wo sind sie? Oh nein, er denken wir doch noch das Ziel. Wie schockiert. Ah. Was war das denn? Ich fliege nur noch. Ich fliege nur noch. Ah, kann nicht davon. Nein. Nein. Dieser Nein-Trick von Obi, ey. Der ist übel, ne? Mhm. Ach, hab ich nur noch rumgeflogen am Ende. Schade, hab nicht gestorben. Aber 7-7 haben wir. Ja, es läuft gar nicht so schlecht. Es bleibt spannend. Und das nächste Ziel. Die waren auch wieder. Ach, Anakin ist direkt bei mir. Luke Skywalker ist das Ziel. Wow, du hast keine Chance gegen Anakin, ey. Selbst in den Wegwirbeln hat er mich noch getroffen. Aber richtig schnell. Schade eigentlich. Da fliegt der Kylo schon hier durch die Gegend. Ich sehe immer nur alle durch die Gegend fliegen bei unserem Team. Das waren Solos. Das können wir gut hinkriegen. Ja. Ja, krass. Aber ich bin auch da in der Fähigkeit drin vom Anakin. Boah. 6-6. Sehr ausgeglichen. Du, ich versuch mal. Wo bist du? Wo bist du da? Ich flieg nur noch. Ich kann nichts tun. Ach, da ist er wieder. Direkt gestorben, ey. Ist unfassbar. Oh, Level Up. 22er, mein Morley. Cool. Das ist gar nicht, ob ich hier schon Level Up bekommen hab. Wiss ich doch eigentlich. Das geht ja jetzt eigentlich nur rum bei den Katzen, ne? Oder brauchen wir immer die selbe Punktzahl? Ne, ich glaub das müsste eigentlich schon schneller sein. Also da hat man einfach, wenn man gezogen wurde von dem Anakin, da ist man einfach tot. Da hat man einfach keine Chance gegen. 4-6. Und ich fall wieder um. Luke ist das Ziel. Oh, ich hab zwölf Kilometer weggeworfen. Den machen wir doch. Jawoll. Mit Unterstützung von Tombi. Ah, hier ist der Level 5. Hab ich sogar schon das zweite Level geschafft. Boah. Ja, du bist doch auch Erster bei uns. Ich bin Letzter. Oh, gegen den kriegen wir doch auch den Punkt. Jawoll. Jetzt ist es wieder richtig spannend. Ich bin das nächste Ziel. Hauptsache der Anakin wird nicht das Ziel. Die anderen kriegen wir ja eigentlich ganz gut. Ach, da oben ist er wieder auf dem Berg. Der Obi-Wan ist das Ziel. Ach, jetzt fliegt man nur noch. Aber den kriegen wir auch, den kriegen wir auch. Ja. Jetzt sind wir sogar mal in Führung hier. Oh, das Luke. Da fliege ich auch schon wieder. Nur rumgestoßen. Oh, jetzt haben die eine Rail. Wer ist denn das auf einmal? Boah. Andy ist da. Oh, nein. Sehr gut, dass ihr das hinbekommen habt. Ich wäre gerade gestorben danach. Nein, nein. Das nächste Ziel, dann haben wir der HP. Jetzt. Oh, in der Sekunde getötet worden. Ah, da ist halt der Anakin. Ach, ich werde weggestoßen, rangezogen. In einem Moment. Was so geil aus. Habe ich voll aufgenommen. Können die sich mal entscheiden. Aber hey, nur noch einen Punkt brauchen wir. War nicht noch erwischt. Ja. Lebelattacker. Ich bin schon wieder das Ziel. Ah, und der Anakin ist auch wieder das Ziel. Nein, wieso Anakin? Aber wir führen. Ein noch. Das sieht echt gut aus. Oba gibt alles. Schreit. Nee, jetzt ist der da irgendwo dahinter, oder wo ist der denn? Da ist er. Ach nee, jetzt macht er das wieder. Ach, und ich bin tot. Hat er mich noch erwischt? Mich hat er getötet damit. Acht Kilometer weiter hat er mich noch getötet. Mich hat er auch erwischt. Ah, was haben die sich dabei gedacht, ne? Mensch, Mensch, Mensch. Ich bin das Ziel, okay. Hoffentlich jetzt mal irgendwie so ein Solo von denen. Nee, Obi-Wan. Obi, ist das hier bei denen? Ich fliege ja jetzt schon wieder nur noch durch die Gegend. Keine Chance. Anakin haut auf mir ein. Ich muss hier hoch. Ah, da kommen sie alle. Ich hab' ich schon Anakin gesagt hab heute. Ach nee, das Wort tot. Ja, ich auch. Was soll man denn da auch noch machen? 2, 1. Wird noch mal richtig knapp hier. Wusste, wusste, dass der Han Solo hat den Charakter gewechselt, ne? Ich glaub' ich. Weil der war immer ganz leicht zu töten. Hab' ich den Eindruck gehabt. Vielleicht jetzt der Luke. Ich hab' ich den Eindruck gemacht, wie er seine Fähigkeit hat. Man hört's. Oh, aber wir haben ihn. Jawoll. Ich find' auch umgeschleudert. Das war ja komisch, dass er da hin und her geschleudert wird. Tja. Nur am rumgeschleudert werden. Aber hey, wir haben gewonnen. Super. Das ging doch ganz, ganz gut ab. Aber richtig knapp so. Ende kriegt keine Chance gegen uns. Der wird ja mal auf dem ersten Platz sein, wie immer. Ja, da ist er. Ja, das ist wirklich nicht immer so, ne? Außer ich spiel' den. Dann ist es fair. Dann ist er. Oh, aber 3 Level geschafft hier. Oh, gut, gut.